AAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Caroline! Caroline! All the guys would say she's mine Sooo... Scheiße hier habe ich ja schon eine menge gemacht jetzt muss ich ja auch noch austauschen na gut machen was das ist ganz easy dann 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 nochmal ich glaube dann brauchen wir mal ein bisschen öfter war dann 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 So. Vielen Dank. So, erstmal schön nochmal drei Stacks Sand gefahren nebenbei, hier hätten wir auch noch Sand, aber der reicht erstmal, den wir jetzt haben. Deswegen nur der hier oben an der Oberfläche. Ich muss auch irgendwo so einen Knick lassen, wo ich den runter wieder kann, so wie dort hinten. Und ich glaube, ich weiß schon welchen Knick den hier lasse ich nämlich. Dann weiß ich Bescheid so da, kann ich es dann fahren. Völlig. Joa, das sieht auch wunderschön aus. So, haben wir ein bisschen Sand, haben wir... Gold haben wir auch wieder ein bisschen. Joa. Das hier muss ich auch noch einschmelzen, wieder. Joa. Das hier muss ich extraktieren. So sieht das aus. Och ja. Mir ist noch was eingefallen, ne? Ich mach mir mal kurz ne grüne Schaukel. So. 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 Wo sind meine Fackeln? Ah, da. Alles klar. Mach mal schneller. Mach mal... Denn ich möchte jetzt runter in die Mine, wieder zurück. Deswegen bin ich ja von der Mine wieder hochgekommen, weil ich mir was machen wollte und zwar ne Schaufel. Und jetzt geh ich runter. Das ist mir gerade nochmal eingefallen. Weil ich will nur noch diesen 44er hier noch reinschmeißen. Und jetzt muss ich warten. Ich bin nur zu selten in dieser Ansicht hier, oder? Ich bin nur zu selten in dieser Ansicht hier, oder? das war auch schwul die Ansicht ich komme darauf nicht klar so okay alles klar Geh mal pennen Geh mal pennen pennen und runter und das so ja gut gehört und runter und runter und runter so mal gucken ich muss euch mal unbedingt so ein Techno für alle Leute die Techno-Fan sind so so kann ich euch mal einen Link unten in die Beschreibung verlinken sehr klug sehr klug und ihr könnt mal reinhören denn das ist eigentlich erstklassig also so wirklich hoch gemacht und auf jeden Fall sehr geil so beim rennen so habt ihr denn eigentlich noch andere Wünsche so was was soll ich jetzt hier eigentlich noch machen in den Projekten hier von z.B. Microsoft oder oder hier jetzt was soll ich da noch bauen sagt mir mal bitte ein paar Tipps brauche ich ihr sollt entscheiden was ich bauen soll in bunt